so darf ich jetzt die folge ganz vergessen zu speichern letzte folge war 005 jetzt aber sechste folge so weiter wochen mal hier hast du das haben wir gemacht aber egal jetzt haben wir es noch mal gemacht so ich hab jetzt mal reinfangen was passiert oh mein gott ich glaube die werden immer dann wach wenn man zu nah ran geht aber da ist auch noch eine ich weiß gerade nicht wie stark sie sind also wie viel verteidigung sie haben ich würde einfach mal eine angreifen vielleicht sogar mit ein paar steinen weil man das schon aus erfährung machen kann gut offenbar schießt vollkontakt vorbei gut also erstmal alle steine werfen die man hat und dann dreifach angriff aber sind so viele gut aber zu wissen können wir so jetzt schön ist vor allem mit den steinen kriegen wir sie an obwohl ja nicht wenn sie so nah beieinander stehen kriegen wir ja nicht eine einzelne oh alter oh god oh ach ja gut man darf nicht alle steine verschießen aber sonst muss man um wieder neu zuweisen ganz vergessen ganz vergessen oh alter kreicht oh alter kreicht that's not bad und wir haben schon wieder alles verschossen ja geschafft haha gott ich das hasse ich würde ich würde ein liebens noch jeder einzelne ich bin nicht speichern oh hier ist sofort wach geworden aua oh gott die sind doch schon da warum haben wir nur noch drei steine achso ein paar sind hier soll ich vielleicht doch einfach angreifen einfach direkt oh fuck ja das hat genau nicht funktioniert äh oh 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 ach scheiße na verdammt mhm 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 letzte mal l flex perfekt so wie der schalter aber ich glaube wir dem getätigen wollen würden sind gerade mal aufgerichtet einmal so ich meine wir haben wieder wir haben wieder die steine gut man darf also nicht mal am schalter vorbeigehen ich dachte die wurden immer wach wenn man die schalter umgelegt hat aber die wurden schon wach auch wenn man vorbeigelaufen ist danke dafür ich möchte mit der zurück warum warum ist diese welt so grausam so jetzt aber hier das war zu ewig soll ich nicht vielleicht doch haben wir zwei hatte ich noch mal eine gefunden gehabt so nach der ja das ehrlich da kommst du noch da wird direkt viel leichter so ich würde jetzt gerne trotzdem mal speichern so und jetzt aber versuchen die restlichen ohne speichern wieder durch zu bringen ich weiß noch nicht genau ich sag dir wie es geht ich konnte überhaupt nicht zuschlagen warum heute keine fernkampfwaffe der erste steigt immer einfach durch was ist denn da los kann man nicht kommen ein stein führt noch Und ich gehe nicht eher weg, wovon ich ihn gefunden habe. Ist hier noch einer? Ja, tatsächlich. Hätte ich alleine suchen können. Gott, der Part wird so lang, damit die ganze Spinnen, ey. So, ordentlich drauf zielen. Ich weiß noch nicht, worauf es zielen soll, aber hey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, guck mal, sechs Steine, wenn man ordentlich trifft, reichen ja aus. Na nice. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, das reicht mir, fünf Steine. Geh mal, ich stein. Oh mein Gott. Ich komme nicht an die Steine ran, ohne ihn zu wecken. Oh mein Herz. Mein Herz. So, da dürfen wir nicht lang, so wecken wir alle. Wir müssen also hier vorne lang. Alter, warum? Aua. Nein, wieso? Ich frage, hier ist schon... Wieso greift er denn nicht an? Warum muss er denn bitte schon beim Primärattacke erstmal ausholen, stundenlang? Ach, ist das deprimiert. Das wird halt so. Das geht erschreckend einfach. warum die reisung ich habe mich an möglichkeit einfach an zu speichern zwischenzeitlich ja probleme sie können es weiter machen natürlich nicht die andere kommt nicht durch oder verdammt der andere ist ja auch durchgekommen warum kommt ihr jetzt nicht durch du hast das behindert weder sind kann die andere nicht aufwecken dafür jetzt aber kein blieb und damit haben wir schon mal gut die hälfte geschafft aber die vier sind alle halb so nah und leute da waren wir sind das noch 1 2 3 4 5 6 ach du scheiße kann ich nicht einfach zwischenzeitlich auch speichern wegen uns einem dummen fehler werde ich jetzt eh wieder sterben dann müssen wir wieder 20 stück machen die sind doch einfach so nah beieinander wie soll das funktionieren also die beiden kriege ich vielleicht noch vor allen Dingen die ne die kann ich hier durch ne also die kann ich nicht durch ok 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 leute ich habe es ich weiß nicht wie ich habe vor dem so genug gefuttert lernen die ganze zeit dieses zum glück habe ich gerade die eine erledigt aufgrund dessen habe ich nur noch eine und es ist nicht wieder so ein kreuzkampf das war mir gerade das wichtigste die erste noch schnell zu töten damit ich jetzt nur noch eine habe weil zwei und dann kreuzkampf in der mitte land ist und von zwei seiten beschossen wird das schlimmste was passieren kann oh man ey guckst du dir an wie sie da steht mit ihren hässlichen beinen kommt doch nicht mehr raus kann das sein die frage ist kann ich sie von hier angreifen die spüren doch garantiert gleich und hat die agro verloren oder so steig von mir ach die sieht mich hier drinnen gar nicht lol ah oh scheiße ähm gut oder vielleicht auch doch boah ist das bullshit jetzt gerade kann ich auch durchwerfen garantiert nicht ne oh oh ja das war gerade dumm von mir ach come on das ist so dumm warum warum gibt kein flammenwerfer wie sollt ihr jetzt die denn wie soll ich ich kann mich nur so verstecken aber wenn ich noch mehr schneidenwerfer glaube ich die gefahrt irgendwann auch noch zu wecken naja aus Ah, geht doch nicht. oh nein komm ich schaff das komm her scheiß stein zu lüge ist jetzt nicht aufgewacht was mache ich denn da ich habe jetzt auch keine steine mehr ach fuck ich muss raus aber wie ich bin ein bisschen überfragt ich bin ein bisschen überfragt aber wenn man überfragt ist, mach du dumme sachen ich meine es hat funktioniert ja oh jetzt ist noch eine so ist sie da so okay bleib schön da bleib schön da ähm okay 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 eine down wir sind also wieder im grünen bereich da muss ich nur gucken wie ich die erledige ich will damit so einfach vor ich will damit so einfach vor ja los komm ja sie kommt oder? ne kommt sie nicht oh bleibt doch da nicht drin hängen oh mädel was macht die da oh man ey lass die mal auf die wasser droppen diese spinn war was macht das? ich hör das war was macht das hier? doch war So, zwei Steine haben wir schon mal. Da gibt es ja wahrscheinlich so gar nichts. Aber hey, man wird träumen dürfen. Oh, come on. Ja, nee, krieg ich nicht. Ich muss in den Nahkampf. Alles andere, richtig. Aber die würde ich in den Nahkampf. Ah, jetzt. Jawohl. Meine Frisse. Darf ich jetzt speichern, bitte? Es sind immer noch drei. Plus die, die da noch ist. Und keine Ahnung, wo noch überall. Aber bis dahin, Leute, kommt, leck mich. Ich speicher. Da ist auch noch eine. Das Schöne ist, die Einzelnen hier, die kann man ganz relativ leicht abfertigen. Warum bewegt sich gerade meinen Kopf? Aber in gar keinen Sinn. Das tut doch weh. Ich habe immer noch diese drei schönen hier vor mir. Und die sind alle drei so nah. Sollte ich eine zu nahe kommen, machen die anderen auch auf. Oder auch nicht? Oh mein Gott. Mehr Glück als verstand der Junge. Ihr denkt, dass es können? Das hat mit können nichts zu tun. Das ist einfach nur Glück. Ich habe absolut kein Plan, was ich hier gerade mache. Deswegen spreche ich auch nochmal. Wow. Ach ja, weil ich den ja schon mit dem, äh... ...wenn ich die zwei Steine attackiert habe. Oder Eilenstein mindestens. Oh. Letzte Spinne. Kann ja gar nichts schief gehen. Schau doch. Oh. Oh mein Gott, Leute. Mein Herz. Wir haben es geschafft. Und sogar... ...die letzten, alle in einer Reihe. Ich habe zwar gespeichert beim letzten Durchgang, aber ich musste nicht laden. Mann, bin ich glücklich. Heilige Scheiße. So, wir haben sieben Steine. Okay, wir haben also alle Steine wieder beisammen. Sehr schön. So, wo waren jetzt noch welche? Ja, guck mal, da sind sechs Kreuze, obwohl es 20 Spinnen waren oder irgendwie sowas. Aber ich glaube mal, wir haben jetzt hier erstmal... Oh, Alter. Ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal alle. Das heißt, wir können jetzt hier hin. Oh, haben wir hier noch irgendwelche Fische aufgeweckt? Oh, da ist noch eine. Nein, 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 hau doch zu. Du Affe. So, hier ist die... Achso, da kriegen wir wahrscheinlich die Schalter. Äh, also da brauchen wir die Schalter. Deswegen, genau, da ist der Switch für diesen Raum. Macht Sinn. Das heißt, wir müssen da rein. Oh, so haben wir irgendwelche Viecher noch? Oder kommen irgendwelche Spinnen? Ah, wie ich diese Spinnen hasse. Aber hey, wir haben es geschafft, uns ohne zu laden. I'm so proud of myself. Oh, Messer. Und wir haben a pole. Obwohl, ich weiß immer noch nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Midi-Cut. Ich mach die Tür mal zu, ne? Wobei, nee, ich lass die mal zu. Ich lass die mal zugeoffen. Ein paar Tabletten, kann man immer mal gebrauchen. Ein Leib Brot. Oh, Sledgehammer. Digga, so viele Sachen hier. Bleh. Das war's. Sieht so aus. Ja, da unten geht's weiter mit dem Spaß. Oh, ich hab gar keinen Bock, Alter. Allein dieses Level dauert so ewig. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal das längste Level. Was haben wir denn hier für schöne Drogen? Hast Injection. A type of stairway that allows faster focused attack. Hm. Nee. Gut Brett. Gut Brett muss langweiler haben. Äh, probieren wir das nochmal in der Boot. Packen wir das mal nach unten. Sledgehammer. Und wir haben a fucking pole. Oh, oh, ist das gut. Nice. Und genau, hier, diese Fläschchen, die kann man mit diesen Spritzen kombinieren. Und das ist Component MK2, was auch immer das ist. Nice. Du musst mal nach da unten. So, wir haben ein Messer. Brauchen wir, da brauchen wir Knife-U-Pair-Kit. Okay. Wir haben hier noch ein bisschen was zu futtern. Kommt noch da? Ganz ehrlich, können wir direkt essen. Ich würde mir gerne einfach mal so ein Fläschchen und so ein Ding zusammen klatschen. Dann speichern wir mal vorher. So. Mal gucken, wie viel Power das Ding bringt. Weil ich glaube, die Dinger sind richtig hammergut. 40, 180. 30. 180. Let's go. Ich sollte vielleicht... Ja, eigentlich kann das Ding weg. Wie verwissten du? Du bist 6 Pfund, 9 Pfund. Ganz ehrlich. Sledgehammer it is. Polis natürlich brauchen wir noch weitere Poles zum Reparieren. Andererseits heißt das, dass die Dinger hier weg können. Alles, was wir brauchen, sind jetzt noch punkte Poles. Ich meine, aufgrund dessen, dass wir... Ich weiß nicht, wie häufig diese Dinger vorkommen. Ich glaube, ich lasse das hier doch erstmal als Backup da. Ein Stab kann liegen bleiben. Aber so, dass wir ein Stab und das Ding als Backup immer noch da haben. Für den Fall der Fälle, ne? Aber ich weiß ja... Jawohl, Alter. Huhuhu. So. Die waren alle gleich mal einmal wach? Ah. 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 Hm. Hat der sowas wie eine Cooldown? Achso, klar, die Stamina. Ja, okay. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum er immer so schlecht reagiert aufs Zuhauen. Weil, sobald ich einmal zuhaue, er die erste Mal Stamina wieder aufbaut. Dieses Stamina-Ding ist so behindert. Ganz ehrlich. Ah, ist das dumm. Ist das dumm. Ja, bei Helf-Kids sind wir auch direkt ein paar Tonnen leichter. Was bist du eigentlich? Millers-Deutsch. Ah, der ist ja rum am Anfang. Cool, jetzt können wir da das Schießgewehr holen. Ist das zum Schießen? Gut, wir haben auch den Rückweg wieder geöffnet. Ach nee, ist gar nicht der Rückweg, ist der andere Weg. Trotzdem sollten wir der Stelle erstmal speichern. Und, ähm... Zur nächsten Folge dann, dann, äh... Uns wiedersehen. Oder... So ähnlich. I guess. Ja, bis dann.